hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play the walking dead episode 3 alter was eine folge die letzte totaler abfuck aber ich weiß auch nicht was ich davon halten soll ich weiß auch gar nicht was jetzt hier alles abgeht noch wir müssen jetzt erstmal hier haare schneiden oder was bei clementine aber wir beschweren erst mal beim tag ich weiß nicht was ich habe mit mir ich würde wahrscheinlich aus dem Essen ich bin glücklich dass ich mit dir kam wie süß ich weiß nicht ich auch nicht er könnte ein guter Mann sein du denkst? wir halten einen öfteren Gedanken er hat wahrscheinlich ziemlich schwer So, was machen wir jetzt hier mit ihm? Mit ihr? Pfff! Squeeze the trigger, steadily. Take a breath, hold it and fire. Was machen wir denn jetzt hier? Ein paar Schussübungen oder was? Good, don't lock your elbows. Okay, let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly and I'll cover your ears. Nice and easy. Pass auf den Rückschlag auf. Eeeh! You okay? My hands hurt. I don't like this. Let's stick with it, okay? Do I have to...? Yeah, you do. Aim left, keep it steady. Alter, ich weiß so gar nicht, wo die hinzielen soll. Steady now. Almost got it. Äh, höher. Okay, a little higher. Oh, fuck. Äh, links. Okay, aim a little bit more to the left. Lower. A lower. Aha! I got it! Excellent. Good shot. Sehr schön. Jetzt nicht in den Arsch schießen. Wie, dieses Mal vergiss mir den Ellbogen zu schießen. Ist die dumm? Rechts. A bit to the right. Unten. A little bit lower. Bam! There you go. Nice. Langsam läuft's. Wieder unten. Aha! Ah! I did it! Yeah, you did. Good job. I squeezed the trigger. Just like you said. I know. Squeezing the trigger. We're not Walkers, though. No. Far from it. But you know how these things work now. We'll graduate you to Walkers one day. Okay. I feel good. I'm so scared, eh? Damn time. Nuh-uh. Sehr schön. Hey, Clint. Hi. So, you're probably not gonna like this. Oh, no. What happened? Nothing. We have to talk about your hair. It's not safe. That's not nice. What? Are you saying it smells? No. Cause it does. Kinda. Do you remember when Andy St. John grabbed it? And I got mad? Yeah. Well, that could happen again. And if it's a walker, well... We need to trim it. Just a trim, right? Haha. Schöne kleine Diva hier, oder was? Okay. Mind if we do this then? I guess not. Don't moat. It's a good thing. Hammer. Nicht da bock zu. Als... Kleines Mädchen. Do you know how to do this? Nope. No idea. I'm going to look like a boy. Just now. Wahrscheinlich schon. So you did kill someone before. Yeah. You could have just told me. I wouldn't have been afraid of you or anything. I'm sorry. You've killed lots of people now. It doesn't even matter. Ach du kacke, wie scheiße sieht die denn aus? Ja, ich auch wie Typ. Hübsch. Hübsch. I think I'm about done. I can probably tear these pieces back with something. Here. I have some hair thingies. You do? Uh, yeah. Lily gave them to me for sleeping. Hama. Quite nice. Cause it's also in tube. Oh ho. No. You look cute. They're all set. Hama. Awesome. Oh god. Jetzt ist sie noch trauriger. I'm sorry about your hair. I don't think it looks cute though. My mom is not going to like it. Tja. I need to look around for a few things. It'll make sure we're prepared when we get to Savannah. That would be good. I hope it's safe there. Ah, me too. Okay, schau mal was die anderen jetzt wieder so meinen. Äh, ne dadurch. Gibt's denn was neues? Weil der ist immer noch am Sack. Kann man mit ihm reden? Hey. See you. Hammer. Haha. Geiles... richtig geile... äh... Rede. Kenny lebt auch noch. Ist noch nicht umgebracht. Ich wollte mit dir sprechen, um meine Vergangenheit von dir zu halten. Es ist egal für mich. Fuck. Ich muss einfach nach vorne gehen. Okay, dann... äh... Geh mal wieder ab. Geh mal einen Saufen mit Chuck. Ich habe das gefunden, wenn du es möchtest. Verdammt. Ich wusste nicht, dass ich es noch hatte. Danke. Alkohol. Willst du einen Nippen? Gut. Einen Saufen auf jeden Fall. Nicht, weil es zu Ende ist. Ein kleiner Kind. Wer in da möchte, einen Drink zu dir, den ich weiß. Gut. Gut, die Frau kann schreien. Es muss nicht schön sein. Wahrscheinlich wird es sein, bevor es zu lange sein wird. Okay. Kann ich mich nicht bewegen, Leute? Du hast das Haar gesetzt? Ja. Ich glaube nicht, dass sie es wehnt. Sie wird. Ach, na toll. Dann gehen wir wieder weg. Was wollen die denn jetzt hier von mir? Kennen die du Stück Scheiße? Jetzt gibt mir nicht diese blöde Map. Glaubst du, wenn ich da für einen Moment schaue? Ich wünsche mir wirklich, dass du mich alleine verlassen würdest. Shhh. Chuck wollte wissen, ob du einen Drink brauchst. Er hat etwas. Er hat etwas. Ehh. Ja. Ich habe es geholfen. So, jetzt gib mir endlich mal eine scheiße Map. Danke. So, die sollen jetzt hier mal einen saufen. Und schauen wir mal nach, wie es ihnen geht. Danke. Danke. Doi. Der Klinger fix. Okay, er kennt es schon mal auswendig. Dann checken wir mal ab, was Clementine so damit machen möchte. Ben nehmen wir am besten auch direkt mit, wenn das geht. Der war bestimmt auch noch nicht so häufig da. Komm mit. Du siehst ziemlich kaputt aus. Hey, Ben. Hey. Hey. See you. Okay. Haha. Ist das geil. Ach, natürlich doch. Ich war derjenige, der den Banditern Supply. Was? Ja, dann erzähl jetzt mal, du Spasti. Warum? Jesus, Ben. Ich weiß. Sie sagten, sie hatten meinen Freund. Dass er mit ihnen war. Just stopp. Fuck. Können wir dir überhaupt vertrauen? Ja. Fick dich, ey. Wegen dir ist Carly gestorben und Lily auch. Du willst immer noch mit mir sprechen? Ja, ich mache das. Ich bin wirklich wirklich entspannt. Ich bin wirklich entspannt. Ich bin wirklich entspannt. Fick dich, ey. Wegen dir ist Carly gestorben und Lily auch. Wir lassen es jetzt. Okay? Was machst du hier? Ich, äh, könnte nicht mehr zurück da sein. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Was? Ich dachte mir, mit Kenny zu sprechen. Ich glaube nicht. Ich bin total seriös über dich, dass du deine Fehler zu dir selbst hältst. Ich kann sagen. Du wirst, warum, richtig? Ich glaube nicht. Du besser. Du bist besser. Ich sehe dich. Ja. Leck mich am Arsch, ey. Eigentlich würde ich ihn jetzt am liebsten in Zuch unterwerfen. Dann ist mal wieder einer weniger, der sich verteidigt. Scheiße, ey. Guck mal, hab was für dich. Kleine Missgeburt der Ben. Ja. Ich möchte sprechen über Savannah. Me, auch. Und was werden wir da machen, wenn wir da sind. Wir wissen nicht was zu erwarten. Die Stadt könnte schlecht sein, oder völlig unter Kontrolle. Aber das ist, wir und ich, wir sind ein Team, weißt du? Und ein Team braucht ein Plan. Aside von allen anderen. Wenn dieses train stopt, wir und ich sollten genau wissen, was wir machen. Ein Plan. Ich mag es. Okay. Ja, wir machen das. Ich denke, wir sollten wir anscheinend nach deinen Eltern. Szenar? Ja. Wir müssen wissen, ob sie sind okay und wenn sie nicht. Was sind sie? Ich glaube, sie sind okay. Ich bin sicher, dass sie sind okay. Das ist, was mein Vater immer sagt. Schauen wir uns auf die Mappe. Wenn wir herausfinden können, wo sie waren, können wir dort beginnen. Wir sehen, dass wir durch die Stadt kommen, wenn es nichts gibt, um uns zu halten. Und wir haben hier einen guten Schunker von Savannah. Was denkst du? Sie bleiben immer im gleichen Ort, wenn sie dort gehen. Es ist, äh... Hm... Hey, keine Angst. Wir haben es herausgefunden. Hast du schon mal mitgebracht? Machen Sie? Ja, denk mal. Es gibt viele Hotels hier. Ich bin hier drin. Lass diese Mappe und vielleicht wird deine Erinnerung. Sie haben wirklich leckeres Desserts. Es nennt sich... M... 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 Mar... Ist das? Das ist das? Das ist das? Ja. Du denkst, dass wir einen guten Plan haben? Ich denke, dass es sehr gut ist. Kann ich... meinen Eltern erzählen? Du kennst... Das stimmt wohl. Loi, was geht denn jetzt ab? Loi? Was haben die denn da gesehen? Hä? Was guckt er denn? Was ist passiert? Ui! 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 Das ist aber nicht so positiv. Das stimmt. 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 Ich habe viel Erfahrung mit y'alls fortitude, aber wir können wahrscheinlich mit dem das. Wir haben eine ganze Zeit. Das Ding ist nicht fulle Milch, Charles. Das ist Gas. Das ist Diesel. Das ist etwas, das wird explodiert. tattoos aus, zu coronieren. Das ist das Schights. Was ist das? was ist das rappelle? War das ist's? Alter. Ist das hier lustig. Was sind denn das cryptarded? WasΣ wird? Ihr habt euch ein Problem mit deinem Train? Ja, du standest gerade in fronten. Mann, es ist ein Wack. Es ist nicht so schlecht von hier. Schreib deinen Freund um, um zu sehen. Alles geht da hinten. Wir werden sie nicht wegwerfen lassen. Ich würde sagen, wir klettern die Leiter der nächsten Folge hoch. Haut rein, Leute. Tschüss.